Der Name ist Heddy Mae Pierce, aber alle Welt nennt mich Big Mama. Und ich bin Curtis Kuhl, die Mädels fallen vom Stuhl. Das ist ja wirklich nett, aber ich klebe förmlich mit meinem Popo auf der Sitzfläche. Vor vielen Jahren, da war ich mal Roadie bei Run DMC. Sie kennen mich bestimmt durch meinen kurzen Auftritt in Crush Groove. Ich war der mit dem Sexy Schwämmchen in der Waschanlage. Nein. Also meine letzte Tour, die war mit LL Cool J. Oder mit den Worten des großen Meisters, Mama said knock you out. Und dann... Junger Mann, ich habe bereits Enkelkinder. Ich bin die neue Herbergsmutter in Price Hall. Und ich bin noch dabei, Neuland zu erkunden. Und ich hab mich gefragt, ob ich einen Blick in die Bibliothek werfen könnte. Dann ist Curtis Kuhl wohl ihr Backstage-Pass. Das ist cool. Ich muss nur eben den Schlüssel holen.